Yo, Turbo in the House Derselbe, der auch die Musik für Hashtag Frühling G macht, hat Ich weiß es noch genau Als ich das erste Mal mit meinen Homies vor dem Gamecube saß Und Mario Party 4 gezockt hab Damals hatte ich noch keine Freunde Meine Homies waren Katzen und ich spielte Singleplayer Doch die Zeiten sind vorbei Ich hab ein Repertoire an Dingen, die mich vorbereiten Auf das, was Nintendo angekündigt hat Und es wird Zeit für den Release des Games Das ausgerechnet in der Hochphase menschlichen Einfallsreichtums dieses Konzerns entstand Heute, nach langer Zeit wird Mario Party 10 released Es kommt am 20. März auch in eurer Nähe Es wird sicher innovativer als die Vorgänger Leute, macht euch bereit Die Nacht wird länger Denn es ist Zeit für... Party Heute gibt's ne Party Im Gaming-Style-Party Heute gibt's ne Party Die Game-Gemeinde-Party Heute gibt's ne Party Das Game wird keine Party Heute gibt's ne Party Yo Mario Party 10 Heute gibt's ne Party Heute gibt's ne Party Heute gibt's ne Party Die Game-Gemeinde-Party Heute gibt's ne Party Das Game wird keine Party Heute gibt's ne Party Yo Mario Party 10 voll, voll, skiing giving's motiviert Vosses, wer das Game- cubed hat Die adm erkennen fest zusammen Asynchones Game-Play Tr violations Heimti Neue tolle Spiele Kann man sich ruhig mal ansehen Bin gespannt Ч�� Es wird nicht Boss Jack Hot Ball Jetzt走 Zusammen asynchrones Gameplay, Bowser kämpft gegen den Rest der Welt Neue tolle Spielidee, kann man sich ruhig mal ansehen Bin gespannt, ob es bockt, denn andernfalls wird es geblockt In Mario Party 9 war die Komponente neu Dass man nicht mehr einzeln, sondern in der Gruppe auf dem Feld gefahren ist Daran ändert sich nichts Doch Nintendo hat das Gamepad mit dem Bildschirm eingeführt Neues Gameplay einzurühren und den Gamer zu verführen Das Verlangen zu verspüren, sich durch die Mindigames zu mühen Welche Neuerungen bringen, da man nun mit Bowser spielt Welche in diesem Spiel ordentlich Feuer gibt Ein Detail wurde uns vorher verraten Für dieses Spiel gibt's neue Amiibo-Arten Die kann man auf speziellen Brettern spielen Und deren Level je nach belieben Skill Leute, nach langer Zeit wird Mario Party 10 released Es kommt am 20. März auch in eurer Nähe Es wird sicher innovativer als die Vorgänger Leute, macht euch bereit, die Nacht wird länger Denn jetzt ist Zeit für Party Heute gibt's ne Party Heute gibt's ne Party, die Game-Gemeinde-Party Heute gibt's ne Party, das Game wird keine Party Heute gibt's ne Party, Yo Mario Party 10 Heute gibt's ne Party, im Gaming-Style-Party Heute gibt's ne Party, die Game-Gemeinde-Party Heute gibt's ne Party, das Game wird keine Party Heute gibt's ne Party, Yo Mario Party 10 Untertitelung des ZDF, 2020